Was machst du da jetzt? Willst du die Vorbereitung für mitnehmen? Griechische Berge. Das nehme ich jedes Jahr mit. Wird so, guck, so klein wird es geschnitten. Und dann nehme ich mit nach Deutschland. So, jetzt muss ich klein, guck mal, so. Klein dinner schneiden. So. So. Es wird mit Griechischen sehr getrunken. Wasser kochen. Kaffeekeine rein. Das darf man aber nicht kochen. Mit gekochtem Wasser übergessen und 10 Minuten ziehen lassen. So. 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 Da wird, ein solches Dillte so rein. So mitgenommen. Da wird man ganz fest tun. So ganz fest. So. 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 All right.